Wenn man dich alleine sieht, ohne das Video, dann sieht das schon ein bisschen behämmert aus, muss ich sagen. Ja, es ist auch behämmert. Ich habe ja einen Hammer in den Streitkolben. Hello, wir sind bei Projekt Morpheus. Ein bis vor kurzem relativ geheimes Oculus Rift technologisches Invent. Für die PS4, genau. Es wurde kurz vor der E3 angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir können uns jetzt mal angucken, wenn es nicht abstürzt. Also Valentin ist schon mal sehr begeistert. Alter, das ist der Oberhammer. Ist ein bisschen wie Oculus Rift halt, aber irgendwie noch geiler gemacht, noch ein bisschen strukturierter alles. Ich habe hier jetzt meine Hände. Komm her, meine Handschuhe. So, jetzt habe ich hier Handschuhe in der Hand quasi. Und es ist so geil, ich kann jetzt ein Schwert greifen, wenn ich wollte und alles. Ist natürlich alles noch ein bisschen Alphabet da. Und jetzt kann ich es hier so hier boxen und eben eins auf die Waffe geben, den Typen vor mir. Ihr seht das jetzt natürlich nicht. Alles eine komplette 3D-Umgebung. Also wirklich Virtual Reality vom Feinsten. Ich kann so meine Hände mir vor Augen halten und so. Und jetzt sagen, Alter, du kriegst jetzt voll eins auf dem Deckel. Das heißt, du kannst hier deine richtigen Schlägerei-Fantasien ausleben. Alter, voll. Und du könntest theoretisch auch hier so einen richtigen Darkroom starten in dem Spiel. Du kannst auch Waffen links und rechts wählen, höre ich gerade. Genau, also um die Waffen zu nehmen, muss er irgendwie sich ein bisschen umdrehen. Pam, Kopf ab. Zack, zack, zack. Alter, das ist so krass. Alter, du bist voll aggro. Ja, ich brauche ein anderes Schwert. Rumpel, bewegt mich mal. Ja, warte mal, hier ist das Schwert. Warte mal, hier ist das Schwert. Ich bin ja dein Schniedel. Hier, ich brauche die Klinge. Auch zuschlagen kann. Ja, kann ich, cool. Kannst du das Schwert einfach tauschen. Yeah, ich habe jetzt gerade so ein Damm hier. Und der kriegt von mir fällt auf die Waffe. Streitkolben. Pam. Also ich muss ja sagen, wenn man das Video dazu sieht, dann ist es eigentlich ganz okay. Aber wenn man dich alleine sieht, ohne das Video, dann sieht das schon ein bisschen behämmert aus, muss ich sagen. Ja, es ist auch behämmert. Ich habe ja einen Hammer in der Hand. Äh, nein, Streitkolben. Also das Ding ist, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich habe gerade einen Streitkolben in einer kompletten 3D-Welt. Hier ist so eine Riesenfestung vor mir und hat viele Dummy-Ritter. So, und ich habe jetzt hier einen Score-Punkt-Zahl. Also umso öfter ich treffe, kann ich dem einen auf die Waffe geben. So, jetzt habe ich den Typen weggeballt. Jetzt habe ich hier eine Armbrust und die sieht unglaublich realitätsgetreu aus. Jetzt kann ich sagen, zack. Bam. Headshot. 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 Also das ist schon genial. Das ist die Zukunft. Du schießt gerade auf die Leute, die in der Flange stehen. Ja, selber schuld. Wir müssen ja nicht da rumstehen, ne? So, Armbrust hat sich auch erledigt. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Der Valentin wird aus dieser virtuellen Welt nicht mehr herauszudenken sein. Weil da ist er endlich mal ein muskulöser Krieger. Ne, ich bin gar nichts. Bin einfach ich. Also ich sehe ja meine Handschuhe. Oh nein, da kommen Riesendrache. What the fuck? Das ist riesig. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Du musst schon zuschlagen. Mein Schwert, mein Klingel, nein. Der will mich auffressen. Hau zu, sonst frisst er dich auf, Alter. Oh nein. Valentin ist gestorben. Klappe aus, Affe tot. Jetzt willkommen zurück in der realen Welt. Wie war es für dich? Mega geil. Hier war noch ein kompletter Schloss um mich herum gerade. Nach rechts kannst du ihn, nach rechts kannst du ihn. Natürlich eine Demo. Hier und da vielleicht noch ein bisschen buggy, aber das wird. Ja, mit dem Controller, Feintuning. Aber Leute, richtig geil. Ich finde es besser als Oculus Rift. Aber Control VR und so. Die Sache. Ich habe eine Frage, weil du hast ja Oculus Rift auch schon getestet. Wie ist denn die Optik so? Weil Oculus Rift hört man ja immer, dass es noch so ein bisschen arg pixellig ist. Ist das hier genauso? Ja, es ist schon ein bisschen pixelliger. Ich meine, man kann es hier sehen teilweise sogar auf dem Monitor. So ungefähr ist die Qualität auch ein leicht pixelliger. Aber es ist schon ein bisschen besser als Oculus Rift, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es doch auch noch zusätzlich mit diesem Move-Controller, dann muss das dann nochmal eine weitere Dimension sein. Ich habe ja schon Control VR ausprobiert auf der E3. Und da ist ja wirklich diese Handschuhe, die du in die Hand nehmen kannst. Hier ist es jetzt halt mit dem Move-Controller. Ich finde es aber ziemlich gut umgesetzt eigentlich. Also hier noch ein bisschen Handling, noch ein bisschen Synchro. Muss noch ein bisschen Feintuning betrieben werden, definitiv. Meine Theorie ist ja, dass das ganze Oculus Rift und dieses Project Morpheus von den TV-Herstellern ins Leben gerufen worden ist, weil Leute ihre Fernseher smashen werden dadurch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz ehrlich, aber ich kann mir echt vorstellen, wie wir da zu zweit zum Beispiel in so einer Fantasy-Welt rumreisen oder zu dritt hier oder zu viert mit dem Arno und dann einfach mal so durch die Gegend quatschen und mit den Schwertern uns so komplett bewegen. Ich bin auch echt gespannt drauf. Also ich muss sagen, das ist die Zukunft. Man sieht, wo es hingeht. Und ich denke, in 20 Jahren lachen wir darüber, sitzen alle in irgendwelchen Anzügen und haben krasse virtuelle Welten, wo du gar nichts mehr unterscheiden kannst zwischen Realität und Nicht-Realität. Ich glaube auch, dass es in 20 Jahren auf jeden Fall, die Brillen an sich, der Apparat wird kleiner sein. Jetzt ist es ja doch noch ein relativ großes Trummen, was man da auch hat, oder? Genau, wenn du eine kleine Brille, vielleicht so ein Anzug, wo du auch was fühlst, sogar noch durch, wenn du einen abbekommst. Oder du kannst ja dann... Oder auch stirbst, wenn du abgestochen wirst. ...die Traumfrauen basteln, ne? Oder Traum-Männer in deinem Fall. Ja. Aber hast du das gemerkt, wenn du es aufgehabt hast, war das schwer? Das ist auch schwer. Ja, ich merke jetzt auch hier einen Drucker auf der Nase. Man sieht es vielleicht, ich habe ja auch so ein bisschen hier. So auf der Nase, so einen kleinen Drucker. Aber sonst geiles Teil. Ich kann das Ding ja gerade noch mal zeigen. Kann ich das einmal noch sehen? Das ist das Ding. Und hier sehen wir auch, es ist ähnlich wie Oculus. Aber ein bisschen anders. Und es sieht an der ganzen Ecke stylischer aus auch, finde ich. Also, so sieht es von vorne aus. Das war der dezente Hinweis, dass du es nur so rum zeigen darfst anscheinend. Warum auch immer. Und hier schöne LEDs noch. Also, das ist das Gerät, ist natürlich jetzt alles noch Beta-Production. Das wird ja noch released. Und ich muss sagen, geil. Geil. Ja, insofern, wir sehen wieder links von uns ein paar weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Wir sind hier mit mehreren Teams auf der Gamescom 2014. Insofern, guckt doch einfach rein. Jo.